Hallo liebe Nutzer von TW Struktura. Willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr das Handbuch findet, ohne das Programm zu starten. Dazu wählen wir auf dem Desktop das Start-Icon aus. Unter Alle Programme gehen wir in der Auswahlliste nach unten und suchen nach TW Struktura. Dies ist ausgewählt, sehen wir als erstes einen Link für das Handbuch. Ein Link zur Homepage von Tragwerkssoftware, den Teamviewer-Link, wir können das Programm starten und das Programm deinstallieren. Wir wählen das Handbuch aus und sehen, wie es sich öffnet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Bei weiteren Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte direkt an Tragwerkssoftware.